Mal da hochklettern. Das ist anscheinend die Kletterfolge. Und vielleicht können wir von hier oben... Ach, das sieht gut aus. Nein, ich komme wieder hoch. Verdammt. Ähm, ja. Vielleicht können wir von hier drin das Zeug nehmen. Ne, ich glaube nicht. Oder den komplett umwerfen. Gar nichts, ich sterbe hier. Okay, ich darf nicht. Äh. Man kann den Wagen auch gar nicht umwerfen. Ich würde gerne, dass das rausfliegt. Weißt du, wenn das rausfliegt aus dem Teil, dann können wir es vielleicht trotzdem einfach nehmen. Aber es ist anscheinend nicht möglich, das irgendwie rauszuwerfen. Und ich will jetzt nicht alles nochmal machen müssen. Wir suchen aber genau das Orange. Und das ist echt das letzte Orange, das es hier gibt. Hm. Es muss irgendeine andere Möglichkeit geben. Also vielleicht müssen wir wirklich hier draufklettern. Es geht ja anscheinend. Die nochmal da drauf. Ui, das meinte ich so nicht. Jetzt hat er wieder runtergefallen. Also er schafft es nicht mit dem Laufen, ne? Und die guckt uns, glaube ich, auch an, wenn wir da oben stehen. Es muss irgendwie noch eine andere Möglichkeit geben, da ranzukommen. Milch haben wir gefunden. Kann ich vielleicht einen Feueralarm auslösen? Warte mal. Guck mal, da oben ist ein Feueralarm. Dumme ist, wenn ich jetzt noch ein paar Mal ein paar lila Dinger mache, dann verlieren wir. Aber da komme ich nicht hoch. Könnte mal versuchen, hinter die Theke zu gehen. Oh. Nicht zu der Frau. Hinter die Theke und dann irgendwie zu gucken, was wir über die Fleisch waren oder so. Nix. Zum Beispiel hier oben drauf kommen. Hm. Meine arme Maus. Oh ja. Vielleicht bringt uns das ja was. Da oben ist ja... Mann, ich werde mich hier selber aufhängen. Ich weiß nicht, dass der oben sieht eigentlich nach einem Feuermelder aus oder so. Genau, Unfug treiben. Das war den ganzen Tag. Kratzt er sich da wieder hinterm Ohr? Pass auf. Ah, doch, 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 doch. So war das schon. Das war schon so gedacht. Nein. Nein. Boah. Boah. Nein, 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 nein. Ich will schon dahinter. Hm. Boah, ist das schwer. Was steckt da da drin? Hoch, hoch, hoch. Nein, nicht so. Verdammt, ist das schwer. Ui, wie habe ich das jetzt gemacht? Ach, verdammt, warte kurz. Ich muss ein Screenshot von dem Ding machen. Jetzt habe ich da so ein blödes Zeichner drin. Das will ich jetzt nicht. Geh weg. Mist, jetzt habe ich da so einen dummen Overlay, dass er das... Ich vermanke, ich verschiebe das kurz. Ich hoffe, dass ich das wegkriege. Ja. Nein, immer noch nicht. Jetzt habe ich da immer noch so ein dummes Ding. Ich kann keinen Screenshot machen. Das regt mich ja auf. Ah, jetzt müsste es gehen. Hoffe ich zumindest. Da muss ich. Ich meine, das ist doch hier genial. Das wird ein Thumbnail. Da weiß kein Schwein, was los ist. So. Ach, ich darf nicht. So ein Mist. Jetzt lässt er mich überhaupt kein Thumbnail machen. Na gut, dann nicht. Pech gehabt. Da habe ich jetzt vielleicht... Nein, jetzt habe ich wieder dieses Bildfehler-Teil drin. Ach ja. Es werden hier keine Thumbnails gemacht. Geht's auch nicht mehr. Ich darf nicht mehr. Okay, wir geben es auf. Das muss ich später irgendwie machen. Schade. Also komme ich da jetzt irgendwie raus? Nein. Kann ich die Wand vielleicht drauflaufen? Oh, nicht. Kann ich innen? Nein. Nee, ich kann so nur wieder raus. Aber warte mal. Also wenn er... Wenn er im Mittelstück so sitzt, ne? Nee, oben lang. Oben lang. Mit... Mittel... Mitt lang, genau. Genau so. Genau so. Warte, 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 warte. Nein. Ach, verdammt. Jetzt hat er wieder beide Beine raus. Wie macht er das? Der macht nie, was er machen soll. Ich versteh das nicht. Jetzt geht er innen lang. Du kannst auch innen lang gehen, ne? Stört mich nicht so. Aber du lässt halt immer das andere Bein dann fallen, ne? Das bringt mich nicht weiter. Jetzt hat er sich da aufgehängt und will gar nicht mehr da raus. Wieso kann der irgendwie... Boah, ich weiß nicht, was wir machen müssen. Vielleicht ist ja der ganz falsche Weg da oben lang. Aber wieso ist das da, ne? Wieso kommt man hier hoch? Ja, 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 ja. Ich würde genau das gern machen. Ich würde gern... Das Bein hier hochkriegen. Und dass er sich da oben einhängt. Und dann mit dem anderen Bein... Du weißt wahrscheinlich die Lösung schon, ne? Ja, mir würde es auch wehtun, wenn ich so Verrenkungen machen müsste. Boah, boah, boah. Genau so. Kannst du jetzt... Die Dingle da bauen? Oder da rüber... Uiuiui, was ist das? Was ist das? Was habe ich da gefunden? Warte, warte. Ich habe da was gefunden. Was ist denn das? Was liegt da? Eine Krawatte! Wir haben tatsächlich eine Krawatte gefunden. Eine von drei. Es sind drei Krawatten hier versteckt. Das kann nicht sein. Dafür bin ich hier hoch. Für so ne blöde Krawatte. Und sonst ist hier nix. Wo bin ich denn da? Okay, wir haben eine Krawatte gefunden. Ganz toll. Soda haben wir bekommen. Da hinten ist Gemüse. Müssen wir da noch vielleicht irgendwas holen? Paprika. Ah, den perfekten Apfel. Den da hinten vielleicht. Ich glaube, den da hinten. Ups. Oh Mann, ich habe schon beinahe verloren. Ich will den anderen da... Nicht... Den da. Den da. Er nimmt nix. Ich muss einen Schritt weitermachen. Oh Mann, beinahe verloren. Da ist doch der perfekte Apfel. Wieso willst du den nicht nehmen? Den will ich nicht. Ich will den gelben da vorne. Wieso darf ich den nicht haben? Ich darf ihn nicht nehmen. Ich darf nicht an den Apfel ran. Doch, doch, doch. Ganz kurz. Und wenn ich jetzt hier runterfalle, dann haben wir das Level wieder verloren. Das ist wieder ein bisschen gefallen, nachdem wir jetzt diese Folge gelöst haben. Oh, scheiße. Da sind eindeutig zu viele Bananen an der Stelle. Können wir vielleicht das Ganze irgendwie mit diesem Ding hier lösen? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Was macht er jetzt da unten? Was macht er da unten? Kann mir das jemand erklären? Oh, guck mal. Können wir hier Musik machen? Ah ne, wir können es nur mit den Füßen machen, mit den Händen nicht. Und kann ich mich jetzt da reinsetzen? Ich würde gerne da rein. Ich würde gerne, ich würde gerne mitfliegen. So, wie kommen wir da rein? Gar nicht. Ist da ein Knopf, den wir drucken können? Nix. An der Stelle können wir nichts drücken, aber vielleicht können wir... Hm. Ja, ich würde gerne... Ich bin ja kein Alien, ich bin ja ne Krake, aber... Was ist da hinten? Hier hinten im Eck oder so, ist da irgendwas auf dem Boden? Da liegt ja irgendwas. Was ist denn das? Ach so, das sollen die Waffen nur sein. Das ist das Waffensystem. Ich dachte, das liegt da auf dem Boden, aber das ist am Schiff. So, wie kommen wir jetzt an die Cerealien? Ich dachte ja, vielleicht können wir den Kran hernehmen, aber den können wir anscheinend nicht hernehmen. Ganz kurz dreht sie sich um. Vielleicht müssen wir den Moment irgendwie abwarten. Ah, wir müssen abwarten, dass sie nicht hinguckt, okay. Dänken, lass uns dreht sich um. Wir sind auf der K vantagem. quiero es ihnen zeigen, dass sie nicht ged 돼. Untertitelung des ZDF, 2020